Ave, ave, herum corpus, natum de Maria, virgine. Virgine, passum, immolatum, in cruz, in cruz, pro Bommine. Von Perle zu Perle Pilgern auf dem Fränkischen Marienweg von der Pfarr- und Wallfahrtskirche Hessenthal nach Maria Frieden-Obernau. Von der Wallfahrtskirche Hessenthal zur nächsten ca. 13 km entfernten Perle Maria Frieden-Obernau führt der Weg zunächst steil bergan Richtung Wald. Auf der Höhe angelangt hat der Pilger einen herrlichen Blick über Hessenthal, Mespelbrunn und die bewaldeten Spessart-Höhen. Vorbei an der Waldkaststätte Hohe Warte führt der Weg weiter durch den Wald über den Bergkamm und dann teilweise steil bergab hinunter nach Soden. Kurz vor Soden, oberhalb des Dorfes, erreicht der Pilger eine moderne, am Waldrand stehende Kapelle mit der Jahreszahl 1967. Die Fassade ist großzügig verglast, im Inneren eine spätgotische, farbig gefasste Pietà. Nach dem Durchqueren des Dorfes Soden und das Bad Sodenthal umfängt den Pilger wieder der Wald. Der Weg führt nun über einen Bergkamm in das romantische Wachenbachtal und anschließend wieder leicht bergauf bis zur Gnadenstätte Maria Frieden. Am Schnittpunkt von sieben früher teils wichtigen Handelswegen steht die Waldkapelle auf einer Anhöhe mitten im Wald. Ein Schild weist auf die Zugehörigkeit des Fränkischen Marienweges hin. Sie ist der schmerzhaften Muttergottes geweiht und gilt als Gebetsort für den Frieden in der Welt. Zwei Sagen ranken sich um die Entstehung. Die eine handelt von der Auffindung eines Muttergottesbildes, die andere um einen tödlich ändernden Streit und der damit verbundenen Errichtung. Warum und wann die Obernauer Kapelle wirklich erbaut wurde, lässt sich heute nicht mehr eindeutig feststellen. Eine am Portal angebrachte Jahreszahl lässt jedoch vermuten, dass der älteste Teil der Kapelle, der heutige Chorraum, aus dem Jahre 1712 stammt. Im Jahre 1844 wurde in Erfüllung eines Gelübdes ein hölzerner Vorbau errichtet und das Kreuz angebracht. Die Kapelle erfreut sich regen Zulaufs, erwies sich bald als zu klein. Deshalb warb Pfarrer Kilian Huber ab 1913 um Geldspenden zur Renovierung und Vergrößerung. Bereits am 1. Mai 1921 wurde die neue Kapelle mit dem heutigen Kirchenraum und Vorbau gesegnet. In den 1930er Jahren erhält sie einen neuen Altar im Rokoko Stil, in dem das Gnadenbild steht. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die beiden Kapellen Festtage am 1. Mai Sonntag und am Sonntag vor oder nach Maria Schmerz. An der Chorwand das Bildnis einer Schönstadt Mutter Gottes Von der Ortschaft Obernau führt ein weiterer Weg hinauf zur Gnadenstätte, der sogenannte Obernauer Stationsweg. Den Weg säumen 14 Kreuzwegstationen mit Sandsteintafeln des Würzburger Bildhauers Helmut und Arnulf Weber. Eine 1886 errichtete Lourdes Grotte ist in den Stationsweg eingefügt, an der der Pilger innehalten kann. Domvikar Paul Weissmantel sagt folgendes zu dieser Gnadenstätte. Hier ist Maria der von Gott aus erwählte Mensch unter Menschen, der wie wir Leid und Kreuz tragen musste und so Halt, Hilfe und Sinn geben kann. Zugleich strahlt Maria aber die von Gott ans Herz gelegte Gabe des Friedens aus und fordert dazu auf, diesen Frieden hautnah und weltweit weiter zu tragen. Dazu hat er folgendes Gedicht verfasst. Es geht ein Licht von einem Menschen aus, es strahlt ein Mensch viel Frieden aus, es suchen Menschen Halt, Hilfe und Sinn, es finden Menschen einen Ruheplatz am Weg Maria. Als Mensch unter Menschen geboren, von Gott aus erwählt, zur Mutter seines Sohnes, mit dem Sohn zugleich vertraut und gefordert, in Leiden und Kreuz, beim Sterben und Trauern, eine gestandene Frau aus göttlicher Kraft, Frieden. Gestiftet, als Geschenk empfangen, als Gabe Gottes ans Herz gelegt, als Frucht des Geistes weitergegeben, mitten im Alltag, in der nächsten Umgebung, hautnah und weltweit.